Moin aus Lea, ich habe eine neue Möglichkeit für euch mitgebracht, den Stromzähler auszulesen. Und zwar diesmal mit dem LED-Sensor. Seid gespannt auf das Video. ELV – Kompetent in Elektronik Ja, ich habe euch ja schon ein Video gemacht bei Homematic IP und da ging es darum, mit dem IEC-Sensor, den es ja schon eine ganze Weile jetzt auf dem Markt gibt, entsprechend den Stromzähler auszulesen. Aber ja nicht jeder hat beim digitalen Zähler gleich die Möglichkeit bekommen, einen IEC-Zähler zu bekommen, sondern viele haben auch noch das etwas ältere Modell, den LED, einen Zähler mit LED-Sensor. LED-Sensoren unterscheiden sich zu IEC-Sensoren darin, dass sie nicht den Zählerstand übermitteln. Also ihr bekommt nicht über die Schnittstelle den Zählerstand ausgelesen. Das ist hier leider nicht gegeben, den müsst ihr vorkonfigurieren. Und ihr müsst noch ein paar Einstellungen in der Zentrale durchführen, nämlich es gibt eine Anzahl von Impulsen, in der die kleine LED, die hinter meinem Lesekopf hier versteckt ist, blinkt. Den Lesekopf habe ich hier schon mal montiert. Wir haben dafür ein kleines Video um vornherein vorbereitet. Mit dieser Schablone, die dabei liegt, könnt ihr euch einige Markierungen auf dem Zähler durchführen. Das Video blenden wir hier für euch ein. Und dann den Lesekopf in der Markierung ausrichten und entsprechend montieren. Der Lesekopf hat eine selbstklebende Fläche. Dafür müsst ihr einfach einmal die Klebefolie entfernen. Und dann könnt ihr den Kopf hier entsprechend montieren. Dann findet ihr denselben Sensor, also selbe Ausleseeinheit im Endeffekt wie beim IEC. Die sind dort hier baugleich in der Packung und könnt das Ganze per Westernstecker miteinander zusammenstecken. Das ist auch schon die ganze Montage, die durchzuführen ist. Und jetzt können wir gleich schon in die CCU-Welt abtauchen. Müssen dafür dann noch die Batterien einlegen und können dann in der CCU die Produkte anlehnen. Ja, das ist beim Gassensor und beim LED-Sensor genau gleich. Und wir werden dafür ein Video produzieren, wo wir das jetzt im Kurz mit dem LED-Sensor für euch zeigen. Weil die beiden Sensoren unterscheiden sich nachher nur darin, ob ich sage Impulse pro Kilowattstunde oder Impulse pro Kubikmeter Gas. Weiter geht's an der CCU. Ich habe hier die Überfläche der CCU für euch schon mal vorbereitet. Und hier seht ihr die Startseite mit der aktuellen Firmware-Version 3.73.9. Das ist sehr wichtig, damit ihr die Sensoren anlernen könnt, benötigt ihr die aktuelle Firmware der CCU. Geht dann hier auf Geräte anlernen. Der Dialog öffnet sich und ihr kennt es ja schon, ihr müsst da Formatik-IP anlernen gehen. Geht dann die Batterie ein oder drückt die Taste nochmal, wenn ihr die Batterie schon länger eingelegt habt. Der Sensor blinkt und wird in der CCU implementiert. Wir müssen jetzt einen kleinen Moment warten und können dann den Sensor beschriften, sobald er hier im Posteingang auftaucht. Kappe können wir einfach wieder aufsetzen danach und den Zählersensor dann auch montieren. Wir haben dazu die Möglichkeit, per Schraubbefestigung das Ganze zu montieren oder per Powerstrips in der Nähe des Zählers. Wie wir sehen, sind wir jetzt nun im Posteingang mit einer 1. Da klicke ich dann gerne mal drauf und wir haben jetzt die Möglichkeit, die einzelnen Kanäle des Sensors zu beschriften. Aus Zeitgründen lasse ich das hier mal weg. Ihr wisst aber ja, sonst bitte immer sauber alles durchbeschriften, räumen und gewerken, definieren und dann abschließend mit fertig übernehmen. Was jetzt ganz wichtig ist, das war auch beim IEC-Sensor schon sehr wichtig, da bin ich nicht so sehr drauf eingegangen, dass man in einem kleinen Moment wartet. Denn das Schöne an der Auswertereinheit ist, dass sie selber erkennt, welcher Sensor an der Auswertereinheit angeschlossen ist. Also wir müssen ihm so ein kleines Sekündchen geben und durch mein Reden habe ich das jetzt schon überbrückt, um dass der Sensor, in diesem Fall der LED-Sensor, durch die Auswertereinheit erkannt wird. Ich mache den Deckel mal wieder drauf und gehe jetzt in die Oberfläche Geräte. Ich sehe jetzt hier meinen EEC-Sensor und kann jetzt hier auch schon sehen, okay, der ES-LED wurde erkannt. Was ich hier dann sehe, ist die Gerätekonstante, 10.000 Impulse pro Kilowattstunden. Das steht hier unten auch auf meinem Zähler, also soweit alles richtig. Das ist aber, tragen wir nur ein, weil es eigentlich immer so ist. Es gibt ein paar Exoten-Zähler, wo das nicht so ist, aber in der Regel braucht ihr hier nichts zu verändern. Ihr könnt die Werte einfach so lassen. Beim Gassensor würde jetzt hier ein kleinerer Wert stehen, das ist in der Regel 0,01 pro Kubikmeter, weil da sitzt ein kleines Relais drin, zeige ich dann in meinem anderen Video genauer und das klackt dann leicht. Was wir hier dann unten haben, wäre die Möglichkeit, einen Startwert zu setzen. Wir können sagen, okay, mein Zähler ist nagelneu und ich brauche keinen Startwert, was aber ja in der Regel nicht der Fall ist. Ihr kauft dieses Produkt ja nicht zusammen mit dem Zähler, sondern ihr habt ein bezugsfertiges Haus oder habt einen Zähler, den ihr jetzt gerne ausziehen wollt, also müsst ihr einen Startwert setzen. Ich mache das Ganze einfach mal, indem ich mir jetzt einfach mal 100 hier reinschreibe oder 1000 und übernehme das Ganze dann mit okay. Das war es jetzt im Grunde genommen auch schon. Unter Status und Bedienung können wir jetzt bei Geräte, indem wir auf den EasyLED sehen, dass wir eine aktuelle Leistung von 1,1 Watt beziehen. Und der Zählerstand ist, wie vor mir eben vorgegeben, 1000, logischerweise, weil das Produkt ist gerade eben erst in Betrieb genommen worden und wir haben noch keinen Verbrauch erzeugt. Also zählen wir nicht weiter. Das ist es. Und ansonsten haben wir dieselben Möglichkeiten wie beim IEC-Sensor, natürlich in den Programmen mit dem Produkt zu arbeiten, dass wir auf bestimmten Triggerwerten diese ganzen Dinge auswerten können. Und auch in Direktverknüpfung können wir dieses Produkt nutzen. Das soll es gewesen sein in diesem Fall zu diesem Produkt. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Fragen dazu habt, gerne die in die Kommentare rein. Die beim Video gefallen, natürlich immer gerne unseren Kanal abonnieren. Auch da stellen wir immer weitere schöne Videos für euch zur Verfügung, die ihr dann hier nicht verpassen solltet. Ansonsten weiterhin viel Spaß mit unserem Kanal. In diesem Sinne macht weiter so euer Thorsten. ELV – Kompetent in Elektronik